Ist es wirklich wahr, dass sie mit ihm geht? Da ist sie ja, frag sie doch. Sabine, ist der Ring, den du trägst von Jimmy? Mhm. Das muss ja dufte sein, mit ihm zu fahren. Holt er dich nach der Schule ab? Mhm. Sag mal, woher kennst du ihn eigentlich? Ich sah ihn beim Spazierengehen, er fuhr an mir vorbei und stoppte ab, versteht ihr? Ganz wie auch. Dann nahm er mich mit auf seinen Feuerstuhl. Mein Vater sagte, was soll das sein? Hey, hey. Lass dich mit diesem Jungen nicht ein. Er sagte, lass dich mit dem Jungen ja nicht ein. Doch wenn's auch heimlich war, er fuhr so wunderbar mit mir am Abend auf seinem Feuerstuhl. Doch eines Tages kam alles raus. Aus, aus. Man ließ mich abends nicht mehr aus dem Haus. Ihr Vater ließ sie abends nicht mehr aus dem Haus. Ich durfte ihn nicht wiedersehen, nicht mal mit ihm zum Tanzen gehen. Drum fuhr er alleine auf seinem Feuerstuhl. Er küsste mich noch, ehe er ging und lächelte so eigenartig. Ich rief ihm nach, fahr nicht zu schnell am Abend auf der nassen Straße. Pass auf, Jimmy. Nein, 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 Jimmy. Nein, 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 nein. Und dann auf einmal ist es passiert. Gleich an der Kreuzung beim alten Wirt. Das alles geschah ja nur, weil ich in der Nacht nicht mit ihm fuhr. Und wer hat die Schuld? Nicht nur der Feuerstuhl. Das alles geschah ja nur, Timmy, Timmy, he's been so highline. Der Feuerstuhl, der Feuerstuhl. Timmy, Timmy, he's been so highline.